Wundernetz, gemeinsam unterwegs. Die OTH am Bergweiden ist einer von sieben Projektpartnern, die sich an dem Inklusionsprojekt der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung beteiligen. Das Ziel von Wundernetz, Menschen mit Behinderung sollen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eingebunden werden. Bei der Auftaktveranstaltung wurden die Ideen der Projektpartner vorgestellt. Professor Karl-Heinz Müller von der OTH am Bergweiden hat sich mit der Gestaltung des Logos für das Projekt befasst. Der zweite Punkt, mit dem sich die OTH am Bergweiden bei dem Projekt beteiligt, ist ein barrierefreier Internetauftritt. Hierfür entwickeln zum einen Studierende gemeinsam mit Menschen mit Behinderung eine Symbolsprache. Zum anderen bietet die Hochschule technischen Support bei der Erstellung barrierefreier Webseiten. Das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, wenn man eben schlecht sieht. Da muss man eben dafür achten, dass jetzt die Webseite einen hohen Kontrast hat, dass die Schriftgröße anpassbar ist, dass die vielleicht auch vergrößerbar ist. Oder wenn jemand ganz blind ist, also gerade eingeschränkte Menschen, die sind ja sehr viel im Internet unterwegs, weil die weniger mobil sind, die kommen weniger nach draußen vielleicht. Deswegen informieren sich die sowieso verstärkt über Internet. Und das machen zum Beispiel auch Blinde und die haben da auch ein gutes System mittlerweile, das sich etabliert hat. Da gibt es sogenannte Screenreader, die lesen prinzipiell den Bildschirminhalt vor. Und das funktioniert aber nur, wenn die Webseite dafür ausgelegt ist. Also das heißt, wenn die nur grafisch hübsch ist, heißt das noch lange nicht, dass die eben dann auch im Prinzip so strukturiert ist, dass eben so ein Screenreader die Webseite vorlesen kann. Und das wäre dann auch unsere Aufgabe, zum Beispiel auch auf sowas die technischen Hintergründe so zu gestalten, dass eben sowas möglich ist. Arbeitsgruppen, die sich aus Menschen mit Behinderung und Nichtbehinderten zusammensetzen, treffen sich nun regelmäßig. Sie machen sich gemeinsam auf den Weg zu einer inklusiven Gesellschaft.